So, da ist der Guzua wieder, die Siax ist auch noch am Start. Wie gesagt, wir hatten ja gerade eine Folge gedreht und jetzt geht's gleich weiter. So, ich will kurzzeitig bauen, aber das seht ihr halt wirklich nur in ganz kurz angerissener Form. Mein Robot muss auf jeden Fall größer werden, deswegen kaufe ich mir auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr Inventory. So, ja, okay, ich glaube, ich bin erst mal fertig. Jetzt bin ich schon bei 12M. Er sieht scheiße aus, aber vielleicht auch scheiße geil, ich weiß es nicht. Egal. Sollen wir rein, Drive Robot? So, jetzt, ja. Also, guck, ich habe da jetzt halt plus 125 Prozent. Weil du dieses Ding hast. Premium hast, ja. Premium. Jo. Ich habe nur plus 25. So, jetzt bin ich halt echt gespannt. Wirklich richtig gespannt. Äh. Ach, stimmt, ich habe jetzt Plasma genommen. Ah, fuck, das ist jetzt kacke. Also, was heißt kacke? Ist jetzt vielleicht suboptimal. Wo bist denn du? Äh, links von dir, oder? Da hinten. Alter, ist die Kiste schnell. Das ist ja gar nichts, also das ist ja was ganz anderes als das andere. Bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen. Ja, okay. Bin nicht so schnell, ich habe jetzt mehr Blocks verbaut. Ja, hier, hier, hier. Siehst du mich? Wow, alter, über mir fliegt einfach so ein Low-Idiat. Guck mal, ich kann nicht springen. Wow. Was macht der da? Ah, da bist du, ja, genau. Dankeschön. Haut einfach noch irgendjemand anderes auf drauf. Ja, genau. Aber ich meine, mit der Schnelligkeit bin ich mega zufrieden. Aber ich meine, alles ist schneller als das, was ich zuvor hatte. Ich will mich nicht zu sehr weit raus. Oh. Ich würde aber hier bei uns bleiben, weil wir haben ja auch schon Heal-Robot. Das heißt... Ja, alleine schon, weil ich eher ein Scharfschütze bin. Komm mal schnell hierher. Ja, ja. Die können dich wieder hochhealen. Oh, ne, ja, das ist nicht mehr nötig. Ich bin tot. Willst du mich gerade spectaten? Ne, ich würde gerne, äh... Achso, äh, jetzt bin ich komplett tot, wa? Ja, genau, das ist halt... Okay, ne, dann guck ich mal kurz, wo du rumraiserst. Siehst du mich, oder? Wow, alter. Ja, das bist du. Okay. Guck mal, diese Leute, die einfach einen immer umfahren wollen. Was mit denen? Du hast ne Flagge hinten dran. Jo. Ist einfach nur... Zur Schau, ist einfach mega unnötig, aber... Egal. Wow, guck mal den an, Alter. Das Geile ist halt wirklich, bei dem Teil... Kannst dich halt einfach mal so auf ne Rückwand von so nem Berg verpissen. So, wie der hier so hochkommt, so... Genau, richtig übel. Äh, wie, bist du mit den Waffen jetzt zufrieden? Oh. Ja... Alter, fehlt dir die Hälfte erst mal übel. Ja, ja, das ist halt echt das... Warte mal, wo ist denn mal hier so ein Heal-Boy? Wow, ich häng nicht mal fest. Dann guck, ich... Kann man jetzt auch vielleicht ganz kurz sehen. Hey, my friend, wo ist denn mal einer? Wow. Das war aber nicht dein Friend. Oh, guck mal den an, ja. Hm, ja. Ja, das war's. Siehst du den Typ da, den richtig fetten, den roten? Ja. Ja, klar. Das ist so ein Megabot. Das ist halt wieder alles. Das ist so ein Megabot. Also, jetzt back to garage. Genau, back to Mothership. Megabot ist echt nicht schlecht. Also, der ist echt krass, den der da gebaut hat. Nicht schlecht. Also, mit meinem bin ich jetzt auf jeden Fall mehr zufrieden, als mit dem, den ich mir gerade geliehen habe. Auf jeden Fall. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das definitiv noch ausbaufähig. Ganz klar. Deiner heißt Strong OP T1. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dir da gemietet hast. Ja, genau. Du bist schön hinter mir. Ja, genau. Ich bin jetzt mal gespannt, wie diese Laser Weapons hier uprazern. So, und du siehst mich und du rennst dann immer hinter mir hinterher, ja? Ja, ich schau. Ja, ja. Warte mal kurz. Nja. Puh. Die Rede war von hinter mir her. Ich bin noch hinter dir. Nee. Oder vor dir ist irgendjemand anderes. Ich bin der hier. Ich bin viel cooler. Guck mal hinter dich. Okay. Guck mal, wie ich hier aussehe. Ah, okay. Okay. Gucken jetzt einfach mal. Alter, geh doch aus dem Weg, der Roboterplatz. Sind ich wen? Ich fahre nicht zu weit vor. Du bist trotzdem noch verwundbar. Ich weiß nicht, wie schnell ich dich hielen kann. Oh, wir haben aber so ein Ultra-Bot. Guck mal hinter dich. Was wir da für ein Gerät haben. In unserem Team. Guck mal. Ich glaub dir das. So, jetzt mach ich schön von meiner, von meiner. Ich bin einfach mal kaputt. Ah. Geil. Hä? Okay. Hä? Ich hab nur so kurz vor mich geblieben. Auf einmal so. Ist doch einfach so weg. Alter, fuck. Ich kann ja gar... Hä? Wie mache ich denn Schaden mit meinen Waffen? Gar nicht. Du bist ein Mediboy. Hä? Als wenn. Man kann auch irgendwie Schaden machen. Kann mich auch mal jemand healen, bitte? Da. Ich heal ja alle. Aber mich heal keiner. Mal wieder richtig fair. Fick den. Fick den. Fuck. Ist der übel Kacke? Digga. Ich seh's grad. Da ist doch noch so ein Mediboy. Alter. Heal mich doch. Oh mein Gott. Alter. Die werden richtig übel auseinander genommen. Ja, die sacken halt. Das ist aber... Das ist aber... Nee, das muss ich sagen. Also, wenn ihr das eventuell wisst, wenn man halt einfach wirklich etwas weniger Action haben will, sondern wirklich einfach easy going, einfach mal zu zweit halt eine softe Action haben will, dann sagt mal, wie das geht. Das wäre nämlich mal mega nice to know. Stimmt, so ein single... Also, einfach hier, okay, man trifft sich zu zweit, trinkt ein bisschen Cola und alles ist cool. Aber das ist... Sollen wir noch mal eine Runde machen? Aber ich brauche mir jetzt andere Waffen wieder drauf zu. Ja, übel scheiße. Weg tun wir auf jeden Fall. Suchst du schon ein Team, der... Ja, klar, logisch. Okay, gut. Oh, da geht's schon wieder los. Ja, da bist du. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Rayguns machen. Wie viel hast du drauf? Vier. Ich hab drei und... Ich denke mal, das ist schon ziemlich geil. So, wo bist du? Doktor Fischer. Egal. Ah, jetzt wirst du langsam... Boah, Alter, was ist denn hier neben mir, Alter? Für ein paar... Schmorglocken. Ich schaue jetzt einfach mal, wie diese... Ah, vorne wäre natürlich noch perfekt eine hingegangen. Aber wenn ich... Boah, Alter, was geht denn bei denen ab? Warum habe ich denn da so einen Schub... So ein Visier, Alter? Ja, sehr geil. Also man kann halt wirklich drei... Dreimal shooten, bevor man dann halt nachladen muss. Und warum werden die... Warum werden die so scharf gestellt? Oder was passiert da genau? Ich laufe jetzt hier einfach mal ganz dreist diesen Berg hoch. Mir doch egal. Wenn ich ein Sniper bin, kann ich ja wohl auch von einem fetten Berg aus snipen. Bin mir gar nicht sicher, ob die Turbinen irgendwas bringen. Wow, Alter, ja. Die sorgen dafür, dass ich mich fünfmal im Kreis drehe. So, also er hat mir schon mal gleich alle Railguns abge... Alter! Alle! Hat es einer einen Healer? Ich habe nicht mal gecheckt, dass ich er abgeschossen hätte. Das ist halt echt... Bei Team Deathmatch ist halt irgendwie... Ist halt... Ich bin tot. Wenn man tot ist, ist man halt einfach totes. Ja, das ist echt doof. Ja, klar. Aber ich meine auch mal, es ist halt einfach auch schade, dass keiner ein Healer ist. Ja, doch einer. Ah, ja, ja, genau, genau. Einer probiert mich jetzt hier zu heilen. Sehe ich jetzt auch gerade. Das möchte ich jetzt natürlich auch gleich ausnutzen. Jetzt hat er aber schon wieder keinen Bock mehr, anscheinend. Ja, genau, heile mich mal. Ja, genau. Und schon habe ich wieder zwei Waffen drauf. Na, das hat doch geklappt. Und schon wieder eine weg. Und schon wieder eine weg. Alter, was ist das für ein Typ hier neben uns? Alter, der ist richtig krank am... Ja, der ist so ein Megabot. Ja, 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 auf jeden. Ja, aber wie gesagt, das macht doch... Ja, nee, okay. Das war's. Ich bin raus. Weg, tun wir das Chip. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War wieder so ein bisschen sehr durcheinander. Aber, ja, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, haut einfach mal ein Like raus. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao.